Ich bin Julien, bin 16 Jahre alt. Wir sind hier im Logistikstandort Osterwelling. Ich mache meine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik und bin jetzt in meinem ersten Lehrjahr. Meine Aufgaben sind hauptsächlich in der Konventionierung, aber ich bin auch in der Warenausgangskontrolle, im Wareneingang. Man sollte auf jeden Fall Durchsetzungsvermögen haben und auch Schnelligkeit und Genauigkeit, damit man sich auch durchsetzen kann bei den anderen Kollegen und die Ware gut und präzise einpackt und gut bei den Waren ankommt.